notlösung für betroffene em-rentner fiasko für die verwaltung der gesetzlichen rentenversicherung so sagt es der vdk am 26.02 2024 mein name ist peter knöbbel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ja meine damen und herren seit gestern stehen bei uns in der kanzlei von rentenbescheid24.de die telefone nicht mehr still seitdem ich sozusagen meinen doch bitter ernsten und bitter bösen beitrag auf youtube veröffentlicht habe und schlicht und ergreifend auch dort gesagt habe dass es eine bodenlose frechheit ist was sich hier die rentenversicherung eigentlich geleistet hat und das besteht wird das letzten endes auch bestätigt dass der vdk es noch vorsichtig und freundlich formuliert als fiasko bezeichnet für die verwaltung der rentenversicherung meine damen und herren ich zeige ihnen einfach mal ganz kurz was die deutsche rentenversicherung dazu heute am 27.02 geschrieben hat und zwar hat sie nunmehr in einer pressemeldung vom 27.02 mitgeteilt dass es das ist um die umsetzung der erwerbsminderungsrentenbestandsverbesserungsgesetz es geht hier geht es um eine sogenannte formulierungshilfe ich zeige ihnen das auch gleich was damit konkret gemeint ist das ist also ein auszahlungsgesetz das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen damit das ganze ding hier noch gerettet wird musste hubertus heil hier in die juristische trickkiste greifen und musste hier eine formulierungshilfe also ein neues gesetz schaffen eine änderung schaffen dass also hier die auszahlung des rentenzuschlags für drei millionen bestandsrentnerinnen und bestandsrentner die eine em-rente oder hinterbliebene rente erhalten haben oder erhalten oder eine nachfolgende altersrente erhalten dann tatsächlich im juli 2024 an das geld kommen so und sie glauben es doch nicht allen ernst ist dass die deutsche rentenversicherung sich mal hinstellt und sagt leute es tut uns leid wir haben hier was versemmelt sorry wir versuchen alles wieder gut zu machen wir arbeiten hart dran nein da wird einfach gesagt wird einfach nur mitgeteilt aufgrund der sehr komplexen technischen umsetzung wird die berechnung und auszahlung des zuschlags in zwei stufen erfolgen ja also das ist sozusagen die erklärung dafür die technische erklärung dafür dass die deutsche rentenversicherung oder die die träger der gesetzlichen rentenversicherung das problem nicht in griff gekriegt haben und das war ja nicht erst seitdem wir das praktisch im grunde genommen veröffentlicht haben bekannt sondern schon viel früher meine damen und herren ich gehe davon aus anfang januar 2024 war das thema eigentlich schon bekannt und deswegen hat ja auch hubertus heil jetzt eingegriffen also ich finde meine damen und herren das ist ein schlag in das gesicht der deutschen rentenversicherung auch aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter der rentenversicherung die nichts dafür können sondern schuldig an der ganzen maßnahme sind natürlich auch wieder mal die heeresführung der deutschen rentenversicherung und ich bin auch der meinung es reicht langsam nachdem was wir auch im jahr 2022 von der gundula rosbach da von ihren statements im hinblick auf die energiepreispauschale hören mussten dass ja alle rentnerinnen und rentner in deutschland froh sein durften dass sie ihre rentenerhöhung bekommen haben sie wissen im sommer 2022 war das noch gar nicht klar dass die rentnerinnen und rentner auch an die 300 euro energiepreispauschale kommen und da hatte sich aus meiner griff aus meiner sicht die präsidentin der deutschen rentenversicherung völlig im ton vergriffen aber nun gut so soll es sein aber jetzt ist eigentlich das maßvoll und ich fordere die dame auf die soll endlich zurücktreten und soll ihren weg frei machen für andere leute die das möglicherweise besser im griff haben und auch ein bisschen mehr empathie für ihre eigenen mitarbeiterinnen und mitarbeiter in dieser großen behörde zeigen denn die müssen nämlich jetzt die ganze tresche einstecken und das ist völlig ungerecht meine damen und herren ja also meine damen und herren der vdk sagt klar fiasko für die verwaltung der rentenversicherung dhv muss wieder ausreichende personelle und organisatorische ressourcen erhalten über drei millionen betroffen erhalten trotzdem ihr lang erwarteten zuschlag müssen wir sich mal legen ja wir haben hier 2022 die rechtsänderung gehabt die gesetzesänderung und das wäre hier fast in die hose gegangen wenn nicht hier der gesetzgeber eingegriffen hätte ja wenn also nicht hubertus heil hier eingegriffen hätte und gesagt hätte leute so geht's nicht da kriegt man hier ein riesen problem und die deutsche rentenversicherung wird dann wohl erst zum ersten zwölften 2025 den sachgemäßen zuschlag also den konkret zu berechnenden zuschlag an die betroffenen auszahlen zuvor ist das einfach nur eine ein normaler also praktisch eine notlösung so wie es auch der vdk sagt ja die bundesregierung behilft sich mit einer notlösung ab dem ersten juli wird den rentnerinnen und rentnern ein einfach berechneter und in der höhe vergleichbarer zuschuss ausgezahlt erst im dezember 2025 kann die dhv den sachgemäßen zuschlag an betroffenen auszahlen und der vdk bringt es dann auf den punkt diese verzögerung ist ein fiasko für die verwaltung der rentenversicherung und zeigt dass im bereich digitalisierung und personalressourcen vieles im argen liegt mein appell an den bundesminister heil dem kann ich mich eigentlich nur anschließen die behörde muss enden muss wieder ausreichende personelle und organisatorische ressourcen erhalten um leistungsverbesserung schnell und sachgerecht umzuschätzen ja meine damen und herren mitte hinter dem begriff personelle ressourcen heißt doch nichts anderes dass leute eingestellt werden müssen die auch fachlich in der lage sind dann letzten endes hier entsprechend in die prozesse einzugreifen und das ist im rentenrecht nicht ganz so einfach und die ganze geschichte nennt man jetzt ein das em bestandsverbesserungsauszahlungsgesetz ja das ist eine sogenannte formulierungshilfe em bestandsverbesserungsauszahlungsgesetz was rubertus heil sozusagen jetzt in den ring geworfen hat hätte er das nicht gemacht meine damen und herren würde das hier nicht funktionieren meine damen und herren ich habe auch noch ein anderes problem ich bin jetzt ich bin grundsätzlich in riesenoptimist was die gesetzliche rentenversicherung anbetrifft sie wissen dass meine herz hier für die rentenversicherung auch blutet aber was jetzt auf den post renten service hier zukommt ist eine herkules aufgabe ob die das wirklich auch stand ersten siebten oder dann zehnten sieben oder 20 sieben dann wirklich umsetzen können ist noch eine völlig andere frage ich möchte nicht sagen dass ich das zu bezweifeln mag das möchte ich nicht sagen ich möchte nur sagen es wird eine herkules aufgabe sein und wenn der post renten service das auf die reihe kriegt dann kann ich immer nur sagen hut ab aber letzten endes meine damen und herren dem die ganze problematik mit dem personalproblem in der deutschen rentenversicherung das ist seit jahren bekannt das hat aus meiner sicht die führung der deutschen rentenversicherung verbockt und dafür müssen die ihren kopf hinhalten und ich bin der meinung dass die präsidentin gundula rosbach dort nichts mehr zu suchen hat die ist eine völlige fehlbesetzung an dieser stelle muss einfach abgelöst werden ja es müssen andere leute daran die die probleme lösen der deutschen rentenversicherung und nicht einfach die leute im regen stehen lassen ich sag's noch mal ich finde es skandalös dass die rentenversicherung auch heute am 27 2 24 trotz ihrer pressemitteilung sich noch nicht einmal genötigt fühlt hier wenigstens mal entschuldigung zu sagen einfach mal empathie zu zeigen und sagen leute es tut uns leid und ich kann ihnen auch sagen noch als ich bin ja jurist auch warum der hubertus heil hier gehandelt hat denn in dem em bestandsrentenverbesserungsgesetz war ja drin dass sie dass die rentnerinnen und rentner zum stichtag 30.06 oder 1.07 den rechtsanspruch haben dann hätten drei millionen leute eine klage eingereicht wenn die kohle nicht pünktlich gekommen wäre was denken sie was dann los gewesen wäre dann hätten die beiden da hätten die in der rentenversicherung einpacken können denn mit drei millionen klagen oder mit drei millionen überprüfungsanträgen da wären die in die knie gegangen meine damen und herren und das hätte nicht funktioniert und spätestens dann hätte frau rossbach nämlich ihre tasche packen müssen und deswegen hat herr hat herr heil hier letzten endes auch die notbremse gezogen und hat hier dieses em bestandsverbesserungsauszahlungsgesetz im wege einer formulierungshilfe noch in den ring geworfen damit das hier alles noch funktioniert meine damen und herren es ist chaos bei der rentenversicherung mehr kann ich dazu nicht sagen ich kann nur hoffen dass der post renten service das jetzt alles umsetzen kann ich drücke uns allen ihnen allen den drei millionen bestandsrentnerinnen und bestandsrentner in einer em-rente oder hinterbliebene rente wirklich die daumen dass sie pünktlich an ihre kohle kommen und dass das dann auch so wie es jetzt geplant ist läuft dass ihnen daraus vor allen dingen auch kein nachteil entsteht das drücke ich da drücke ich ihnen natürlich auch die daumen und ich sage es ihnen auch ganz offen so ich freue mich auch darüber dass sie dann hoffentlich schnell an ihr geld kommt näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel